Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe euch geht's gut. Heute ist es mal Thema Strazatella Joghurt. Ist auf jeden Fall sehr sehr aktiv. Können wir in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal gegessen habt. Und ob ihr es kennt. Gebt einen Daumen nach oben auf jeden Fall. Hier sieht man es nochmal. Strazatella. Ich habe jetzt drei Stück gekauft. Im Köpfen sieht man das ja hier. Also zwei Italo und eins sind Maracuja. Hier ist nochmal eins. Wie man das hier sieht, hier noch ein Schoki-Pudding. Genau, genau. So sieht man Kühlschung aus Freunde. Und ist auf jeden Fall sehr sehr aktiv. Sehr aktiv. Strazatella schmeckt auch vom Geschmack her. Passt zu Italien. Rom hat gewonnen. Nochmal Glückwunsch an Rom. Morgen steht Bayern. Jetzt muss morgen nur noch Bayern verlieren. Dann wäre... Ja... Die Woche auf jeden Fall eine gute Champions League Woche. Genau. Ja, ich verabschiede mich. Ich sage wieder schon reingehauen. Gönnt euch den Joghurt nochmal von Optik. Ich sage wieder schon reingehauen. Wir sehen uns natürlich. Ja, bis morgen. Wir haben halb drei. Alberto ist da. Gute Nacht. Nagrativ. Wir hören uns. Danke. Ciao, ciao. Bis dann. Boah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.